Was ist das, was wir als Was haben die Menschen in der letzten Zeit gemacht? Was haben die Menschen in der letzten Zeit gemacht? In der letzten Zeit ging es ja auch durch die Medien, dass vermehrt alternative Jugendliche, Punker, Linke etc. in Anklam angegriffen wurden. Opfer und Betroffene recht der Gewalt wurden. Dort ins Krankenhaus geprügelt wurden. Teilweise so schwer verletzt wurden, dass sie irgendwie um ihr Leben gerungen haben. Wir wollen eigentlich nur diesen Leuten unsere Solidarität bekunden. Wir wollen sagen, dass wir zu euch stehen, euch supporten. Und dass wir es geil finden, dass ihr auch in solchen Regionen eure Fresse hinhaltet gegen das Faschopack. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin Olaf, Sänger von den Stage Bottles. Auf alle Fälle kann ich nur sagen, mutig, mutig, dass ihr euch dagegen stellt. Ich hoffe, dass ihr nicht damit aufhört, so gefährlich das auch sein mag. Das sind leider die Nebenerscheinungen, mit denen man als Antifaschistin teilweise leben muss. Und wir als Stage Bottles können nur anbieten, wenn es hart auf hart kommt, dass wir uns auch mal auf den Weg machen würden in den östlichsten, nordöstlichsten Zipfel der Republik. Zum Beispiel um Konzert zu spielen, euch zu unterstützen. Da wären wir auf alle Fälle dabei. Und ansonsten können wir euch nur viel Kraft und weiterhin viel Mut wünschen. Und haltet durch. Ich bin neuer Fällen. Hier ist auch ein Fälle.